Stellen Sie sich vor, Sie sitzen zu Hause in Ihrem Wohnzimmer, Sie erwarten Besuch, der Besuch kommt und spricht Sie an, du hast doch da einen neuen Film gemacht, können wir denn den zusammen anschauen. Um Ihren Film also vorführen zu können, müssen Sie in jedem Falle eine Aktion starten. Stellen Sie sich mal vor, das wäre künftig ganz anders. Sie könnten alle Ihre Filme, alle Ihre Videos, alle Ihre Fernsehaufzeichnungen, Ihre Musiken und Ihre Fotos auf einem zentralen Speichersystem archivieren, das geht. Dieses System heißt NAS, ein netzwerkbasierter zentraler Speicher. Ihr Fernsehgerät ist einfach der Media Player und über den Source-Zugang können Sie hier direkt auf Ihr Netzwerk wechseln. Und wie das im Detail funktioniert, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Stellen Sie sich vor, alle Ihre Videos von Ihrem Casablanca-System oder von Ihrem DVC-Gerät mit Fernsehsendungen wären auf einem zentralen Speicher. Und Sie könnten im gesamten Netzwerk Ihrer Wohnung oder Ihres Hauses von jedem Fernseher aus gesehen, betrachtet, vor- und zurückgespult werden. Das wäre doch eine Lösung, die gegenüber den jetzigen Lösungen mit DVD, Blu-ray, CD oder USB-Stick deutlich einfacher ist. Ich zeige Ihnen hier und heute mal, wie man so ein Netzwerk ganz einfach aufbaut. Wenn wir uns jetzt ein Netzwerksystem mit NAS-Speicher mal betrachten, dann fällt zunächst das Augenmerk auf den Internet-Router. Woher wissen Sie, ob Sie einen Internet-Router haben? Wenn Sie einen Computer oder einen Notebook verwenden und damit ins Internet gehen können, können Sie auch davon ausgehen, dass Sie einen Internet-Router haben. Diese Router für das Netzwerk gibt es aber auch, ohne dass man ins Internet gehen muss. Also einen internen Router, der nur das Netzwerk versorgt. Das wichtigste Gerät im Netzwerk für die Datensicherung ist das sogenannte NAS-System. Ein netzwerkbasierender, flexibler Speicher innerhalb des Netzwerks. Darauf können Sie Videos, Fotos und alle Arten von Daten speichern. Und zwar unabhängig von einem Betriebssystem. Das bedeutet, die NAS ist nicht Windows-abhängig und auch nicht abhängig von anderen Komponenten wie zum Beispiel Casablanca oder DVC von Macromotion. Das NAS-System steht als eigenständiges Gerät innerhalb des Netzwerks, aber ist idealerweise mit dem Router direkt verbunden. Diese beiden Geräte sollten möglichst auch beieinander stehen. Nun, was passiert in der NAS? Die NAS ist ein hochwertiger Festplattenspeicher. Im Idealfall eine Festplatte für die Datensicherung und eine parallele zweite Festplatte hier integriert für die ständige Sicherung dieser Daten. Das bedeutet, alles was hier gespeichert wird, wird automatisch auf einer zweiten Festplatte gesichert, sodass bei einem technischen Problem, einem Absturz der Festplatte oder was immer passieren könnte, eine automatische Sicherung auf der zweiten Platte erfolgt. Die Konfiguration der NAS-Systeme übernehmen wir für Sie. Wir fragen Sie nach Ihren Wünschen und richten das entsprechend ein. Gängig sind NAS-Systeme mit zwei Festplatten und NAS-Systeme mit vier Festplatten. Bei vier Festplatten haben Sie zum Beispiel eine Kapazität von 12.000 Gigabyte und das noch mehr doppelt gespiegelt für die Sicherung. Also zweimal 12.000 Gigabyte. Das ist heute kein Hexenwerk mehr, aber es ist eine sichere Investition und eine sichere Bank für Ihre Daten, Videos und Fotos. Und zwar auf lange Sicht. Anders als die üblichen Arbeitsplatten und Arbeitsfestplatten und USB-Sticks ist ein NAS-System eben sehr langfristig angelegt. Und es ist gegenüber dem, was Sie heute verwenden für Ihre Filmspeicherung und Filmarchivierung und Filmvorführung, natürlich ein modernes Medium, kostengünstig, effektiv und gegenüber DVDs, Blu-Rays, CDs oder USB-Medien, USB-Sticks natürlich wesentlich einfacher und weniger Zeitrauben zu behandeln. Stellen Sie sich vor, Sie könnten von jedem Fernsehgerät in Ihrer Wohnung oder in Ihrem Haus aus auf die Filme und auf die Fotos und Daten auf der NAS zugreifen. Sie sitzen einfach in jedem beliebigen Zimmer, gehen dort mit Ihrem Fernseher auf den NAS-Speicher und haben sämtliche Filme, die Sie jemals dort gespeichert haben, zur Verfügung. Das ist eine tolle Sache und das ist der Sinn dieses NAS-Systems. Wir schauen uns mal die Komponenten der Reihe nach an. Hier haben wir, wie gesagt, den Router, der entweder mit dem Internet verbunden ist oder nur ein interner Router ist. Hier haben wir das zentrale NAS-System, das Netzwerkspeichersystem, die NAS. Hier haben wir einen LAN-Switch, das heißt, wenn nicht mehr genügend Anschlüsse an Ihrem Router vorhanden sind, dann schaltet man beliebig im Netzwerk irgendwo Switch-Geräte dazwischen, die es mit 2-fach, 4-fach, 6-fach, 8-fach und so weiter Anschlüssen gibt und dann wird es dazwischen geschaltet und erweitert Ihr Anschlussvolumen. Hier ist ein Media Player integriert. Der Media Player hat die Funktion, dass er nun von jedem Punkt im Netzwerk aus Ihre Filme sichtbar machen kann. Wenn Sie zum Beispiel ein älteres Fernsehgerät haben, das keinen Media Player integriert hat, schließt man diesen kleinen Media Player an. Sie haben hier die Datei Ihrer Videos, Sie können die Filme oder Fotos oder Musik und Daten aufrufen und Sie wählen den Film an, Sie sagen einfach abspielen und dann können Sie, je nachdem, ob der Film schon gelaufen ist oder fortgesetzt wird, den Film hier anschauen. Wie gesagt, von jedem Fernsehgerät in Ihrem Netzwerk aus auf jede Quelle im Netzwerk zugreifen. Idealerweise natürlich auf die Quellen, die auf der NAS sind. Wie man die Filme und Videos auf die NAS bringt, das zeige ich Ihnen dann anschließend. Das ist nun der Media Player. Wenn Sie Ihre Filme zusätzlich hier auf eine Festplatte spielen, dann ist der Media Player auch ein Gerät, das Sie dann mitnehmen können und im Filmclub oder bei Freunden einfach den Media Player mit der Festplatte an ein Fernsehgerät anstecken und dort Ihre Filme dann transportabel mitnehmen. Also kein direktes zentrales NAS-System, sondern ein variabler, transportabler Speicher, der hier in der Kombination auch 2000 GB Kapazität hat. Also eine unheimlich hohe Kapazität. Hier haben wir stellvertretend ein Fernsehgerät, das im Schlafzimmer stehen könnte. Wie gesagt, der Tipp wichtig, auch Fernsehgeräte, die älter sind, lassen sich durch einen einfachen Media Player, der rund 150 Euro kostet, ganz einfach nachrüsten und lassen sich netzwerkfähig machen. Die Fernsehgeräte, die direkt netzwerkfähig sind, erkennen Sie an der Zusatzbezeichnung Smart TV oder eben Media Player. Wenn die Geräte alle korrekt verkabelt sind, dann geschieht das mit der LAN-Verkabelung, Netzwerkkabel nach LAN-Norm. Und wenn einmal lange Strecken bewältigt werden sollen und Sie können dort kein Kabel legen, weil man durch mehrere Wände bohren müsste, dann lässt sich mit dem sogenannten Power LAN-System eine Netzwerkverbindung herstellen. Das heißt, diese beiden Geräte werden das eine am Router, das andere an dem Gerät, an dem es verwendet werden soll, einfach in die Steckdose gesteckt, dann mit den LAN-Kabeln mit dem Gerät verbunden und dann geschieht diese Verbindung einfach zwischen zwei Steckdosen. Das Stromnetz wird verwendet für die LAN-Verbindung. Das funktioniert innerhalb eines Stromkreises, innerhalb eines Zählerkreises in der Regel sehr gut. Sie sollten aber keine sehr wichtigen Daten dort bewegen, also auf keinen Fall die NAS oder den Router dort verwenden, sondern zum Beispiel ein Fernsehgerät. Unsere Casablanca- und DVC-Systeme sind natürlich hier auch eingebunden, die ganz normal über LAN vernetzt werden können, und zwar seit der Generation Bogart und seit dem Gerät S4000 Pro. Also immerhin seit sieben Jahren sind Casablanca- und DVC-Geräte netzwerkfähig. Hier die Geräte noch einmal in der Übersicht. Das zentrale System ist der Internet-Router oder der interne Router, gekoppelt mit dem NAS-Archivierungssystem. Hier der Switch, um Anschlüsse im Netzwerk per LAN zu erweitern, wenn der Router nicht genügend Anschlüsse hat oder wenn Sie irgendwo in einem Stockwerk mehrere Abzweigungen machen wollen, macht man das mit einem Switch. Hier der Media Player, der einerseits Ihr Wiedergabegerät ist, um an jedem beliebigen Fernseher auch Netzwerkfilme ablaufen zu lassen oder den Sie zusammen mit der Festplatte dann auch gerne mitnehmen können, um Ihre Filme überall, wo ein Fernseher ist, mit HDMI-Anschluss vorführen zu können. Die PowerLAN-Systeme, um Netzwerkverbindungen über längere Strecken über das Stromnetz herzustellen und letztlich die LAN-Anschlüsse, die es eben in allen Längen gibt. Neben den üblichen LAN-Verbindungen können wir inzwischen lange Strecken oder schwierige Strecken auch über ein Glasfaser-Netzwerkkabel überbrücken. Das ist natürlich manchmal interessant, denn da muss man nur ein Loch von drei oder vier Millimetern bohren und kann dann auch durch dicke Wände mal so ein Glasfaserkabel legen. Und man hat nicht das Problem, dass Stromkabel und Netzwerkkabel nicht parallel laufen sollen. Bei Glasfaser spielt das keine Rolle. Also auch dafür sind wir gerüstet. Und dann